Die Entwickler dieses Gerätes überlegten sich, dass Menschen täglich auf der ganzen Welt tausende von Fotos machen. Doch nachdem ein Foto aufgenommen wurde, wird es bald vergessen und nie wieder angeschaut. Früher haben Menschen Fotos gedruckt und an einem sichtbaren Platz aufgestellt, um sie regelmäßig zu bewundern. Die Entwickler von Print beschlossen, den Menschen zu helfen, zu dieser alten und sehr schönen Tradition zurückzukehren. Sie brauchten mehrere Jahre, um ein einfaches und benutzerfreundliches Gehäuse für ein Smartphone zu erstellen, das die aufgenommenen Fotos sofort druckt. Print ist im Wesentlichen ein kompakter, tragbarer Drucker, den man überall mit hinnehmen kann. Er kann nicht nur die aufgenommenen Fotos, sondern allgemein alle Bilder, die sich im Spalter des Smartphones befinden, drucken. Zum Zeitpunkt der Erstellung war Print mit den neuesten Modellen von Samsung Galaxy Smartphones und iPhones kompatibel. Die Entwickler arbeiten jedoch daran, die Liste der geeigneten Telefone zu erweitern. Das Erstellen eines Fotos dauert nur 30 Sekunden. Der Besitzer muss den Drucker nicht ständig nachfüllen. Das Gerät verwendet die Technologie der Sofortbildfotografie. Das einzige, was gewechselt werden muss, ist das Papier. Das Gerät bietet ausreichend Platz für bis zu 10 Blätter. Die maximale Druckauflösung beträgt 620 x 1120 Pixel. Der eingebaute Akku reicht, um 20 Fotos zu drucken. Die Kosten dafür betragen etwa 190 US-Dollar. Bixby Jet Als die Experten des Unternehmens Bixby einen neuen kompakten Motor entwickelten, um sich auf Wasser fortbewegen zu können, hatten sie plötzlich eine geniale Idee. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Solaranlagen sind eine alternative, umweltfreundlichere Möglichkeit, um Strom zu erzeugen. Allmählich stellen immer mehr Unternehmen Solaranlagen her. In verschiedenen Ländern der Welt versuchen auch viele Firmen häufiger in Betrieb zu nehmen. Jeder, der 25.000 Dollar parat hat, kann heute eine Solaranlage in seinem Hinterhof aufstellen. SmartFlower ist ein System, das nicht nur kompakt ist. Dem Hersteller zufolge arbeitet die Blume um 40% effizienter als jede herkömmliche Solaranlage. Das Geheimnis liegt in ihrem einzigartigen Design. Der Name und die Ähnlichkeit mit der Sonnenblume ist nämlich kein Zufall. In das System ist ein GPS-Tracker eingebaut, der den Sonnenstand sehr genau bestimmt. Die Blume öffnet ihre Blüten mit den Morgendämmerungen und bewegt sie dann tagsüber, um möglichst viel Sonnenlicht zu sammeln und daraus Energie zu erzeugen. Abends, wenn die Sonne untergeht, schließt SmartFlower ihre Blüten. Das eingebaute Reinigungssystem erhöht die Akkuleistung übrigens um etwa 5%. Wearspace Jeder war einmal in einer Situation, in der man sich dringend konzentrieren musste, aber nichts half, weil rundherum alles sehr laut war. Das ist nichts Neues, denn oft können wir uns nur dann konzentrieren, wenn es völlig ruhig ist. Um dieses Problem zu lösen, wurde Wearspace entwickelt, das Menschen vor lästigen und störenden Geräuschen schützt. Außerdem blockiert es aufgrund seiner ungewöhnlichen Form nicht nur Geräusche, sondern isoliert eine Person sozusagen vom Rest der Welt. Im Wearspace-Gehäuse befinden sich schalldämpfende Kopfhörer. Man kann damit in Ruhe arbeiten, lernen oder die Musik einschalten. Wearspace wird mit dem PC über Bluetooth verbunden. Die Kosten dafür betragen etwa 260 US-Dollar. Brushinator Das Innere eines Autos sauber zu halten kann eine entmutigende Aufgabe sein. Insbesondere, wenn man viel Zeit draußen verbringt und viel Schmutz ins Auto schleppt. Eine Möglichkeit ist, die Schuhe jedes Mal vor dem Autofahren mit der Hand zu reinigen. Das ist jedoch zeitaufwendig und nicht sehr angenehm. Das Gerät Brushinator wurde entwickelt, um dieses Problem zu lösen. Das Gerät ist eine kompakte, tragbare Bürste, die an der Anhängevorrichtung eines Autos oder Lastwagens befestigt wird. Mit dem Brushinator kann man sowohl die Schuhsohle als auch die Seitenflächen reinigen. Es ist bemerkenswert, dass jede Bürste eine abnehmbare Konstruktion hat, was die Verwendung und Wartung erheblich vereinfacht. Der Preis für den Brushinator beträgt 100 US-Dollar. Ein Set mit austauschbarer Bürste kann für 24 US-Dollar gekauft werden. Seatrack Bis vor kurzem konnten sich nur ausgebildete Leute, die einen Tauchkurs absolviert hatten, es leisten, auf den Meeresboden zu gehen. Glücklicherweise gibt es heute spezielle Helme für alle Fans der Unterwasserwelt. Mit dem Helm Seatrack kann jeder Interessierte bis zu 45 Minuten lang unter dem Wasser verbringen, ohne sich dabei unwohl zu fühlen. Darüber hinaus eignet sich Seatrack auch für Menschen, die überhaupt nicht schwimmen können. Das Gerät hat ein einfaches Design. Man setzt einfach den Helm auf. Anzüge, Masken und Flossen werden nicht benötigt. Auch auf Schulungszertifikate und Lizenzen kann man verzichten. Der Helm wiegt 30 Kilogramm, es bedeckt den Kopf und die Schultern. Daran wird ein spezieller Schlauch angeschlossen, durch den Sauerstoff von der Oberfläche eindringt. Damit kann man wie gewohnt atmen, obwohl man sich bis zu 6 Meter tief unter dem Wasser befindet. Die Wände des Helms sind transparent, sodass man problemlos die Unterwasserwelt bewundern kann. Mit dem Seatrack spazieren zu gehen, ist eine beliebte Touristenattraktion. Dafür fahren Reisende vor allem nach Hawaii, Bali und Mexiko. Socksync Socken zu waschen ist an sich nicht schwer. Sie paarweise zusammenzulegen ist eigentlich auch kein Problem, aber echt mühsam. Socksync wurde speziell entwickelt, damit das Sortieren der Socken nur wenige Minuten dauert. Jede Socke eines Paares wird auf einen speziellen Halter gesteckt. Wenn man die zweite Socke dazu findet, schiebt man sie einfach über den Halter. Danach fällt das zusammengefallene Paar in den Korb. Diese Technologie erleichtert nicht nur das Sortieren der Socken, sondern beschleunigt auch die Suche im Schrank. Das Gerät kostet 42 US-Dollar. Hey Leute, Schluss mit Faulenzen. Es ist Zeit, das Hirn aufzuladen. Willkommen bei Braintime. Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Wissenswertes über Natur und Tierwelt. Schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse. All dies und doch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal. Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.